Holy moly Leute, was war denn das schon wieder für ein Kapitel? Wir bekommen die Fähigkeiten von sehr vielen Biestern sowiert, es gibt wieder neue Infos über Nen und auch noch ne verdammt geile Dragon Ball Anspielung. Und wir bekommen Biski Action in ihrer wahren Form und einen Charakter, der sich in Biski verliebt. Apropos Liebe, beginnen wir mit dem Liebesprinzen Tyson, die ein paar der Verses ihrer Bibel zitiert und der namenlose coole Bodyguard, der Isos Bro ist. Und dringend nen Namen braucht, merkt gleich an, dass das eigentlich Standard Phrasen von einer beliebten Popband sind. Hier macht Doggash übrigens eine weitere Real Life Anspielung, weil er damit auf eine seiner Lieblingsbands anspielt, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr genau, aber auf jeden Fall soll das eine Würdigung auf eine seiner Lieblingsbands sein. Das ist sehr spannend, denn wie man weiß setzt Popmusik ja allgemein eher auf simplere, nicht sagende Texte, die einfach für die Masse sind, Phrasen oder Liebesgedöns, in dem sich der 0815-Mensch wiederfinden kann, um so möglichst viele Menschen anzusprechen. Und das impliziert wohl, dass auch diese Bibel eher solche nicht sagenden Phrasen hat, also nicht wirklich für den Weltfrieden sorgen kann. Wir sehen dann zum ersten Mal ihr komplettes Nenbis, denn bisher hat man ja nur die kleinen Dinger gesehen, die es ausspuckt und ja, es ist einfach ein Herz. Isos Bro kommt dann schnell auf die Idee, dass es vielleicht eine Art Genki-Dama-Fähigkeit ist, also dass der Prinz damit Kraft sammelt von anderen für eine ultimative Attacke. Und sogar Isos hat Dragon Ball gelesen, ich find's halt wahnsinnig geil, dass es Dragon Ball in der Hunter-Hunter-Welt halt einfach gibt. Ja, die Genki-Dama-Referenz ist auch gut gewählt, weil wohl wirklich jeder Anime-Fan weiß, was die Genki-Dama ist und Dogashi sich so längere Erklärungen spart. Und falls nicht, könnte man's halt immer noch googeln. Dennoch passiert dann etwas Spannendes in dem Kapitel, was auch zum ersten Mal passiert. Wir bekommen nämlich Random-Erklärungen zu einigen Nenbisten. Bisher war es ja immer so, dass wir die Erklärung erst bekamen, wenn auch ein entsprechender Charakter die Fähigkeit analysiert hatte. Aber jetzt sind wir den Charakteren ein paar Wissensschritte voraus, was auch relativ spannend ist, denn jetzt können wir die Denk- und Analysefähigkeiten der Charaktere verfolgen und schauen, ob sie wirklich zutreffend sind. Nun ist es wieder eine ganz neue Art der Erzählweise. Ja, mit der Genki-Dama-Idee lagen sie nämlich grundsätzlich schon mal nicht falsch, aber halt auch nicht ganz richtig. Und noch spannender ist, dass wir nicht alles erfahren über die Fähigkeit, sondern dass Dogashi absichtlich gewisse Dinge wie Restriktionen oder Bedingungen noch offen lässt. Ja, die Fähigkeit von Tysons Biest kann grundsätzlich sehr, sehr gefährlich sein. Es ist eine Strahlungsfähigkeit mit Sammelfähigkeit. Jeder, der in die Lehren von Tyson eingeführt, also die Bibel von ihr überreicht kriegt, erhält so ein kleines Ding, das an ihm heftet. Und das Ding sammelt Aura und retourniert dafür Glücksgefühle, je nachdem, wie sehr man sich auf die Lehre einlässt. Ja, das ist deshalb gefährlich, weil es der typische Ablauf einer Sekte ist. Im Prinzip kann man es sich so vorstellen, du liest ein Kapitel und findest es total dumm, hast aber plötzlich ein wenig Glücksgefühle nach dem Lesen, die du dir nicht erklären kannst, weil du ja von Nen nichts weißt. Deshalb liest du aus Neugier noch ein Kapitel und wirst noch glücklicher und ruckzuck bist du drin in der Sekte. Ja, Iso und sein Bro haben das Buch beide nicht gelesen und deshalb noch keine Glücksgefühle erhalten. Ich denke, sobald sie es lesen würden, dass sie auf die Fähigkeit schließen könnten, aber dann natürlich auch Gefahr laufen würden, von diesen Glücksgefühlen überwältigt zu werden. Natürlich hat diese Fähigkeit auch eine Restriktion, weil sie sonst zu stark wäre, und zwar, dass eine harte Strafe über dich kommt, wenn du das Tabu von den Lehren von Tyson brichst. Naja, welches Tabu das ist, wissen wir noch nicht, genauso wie wir noch nicht wissen, was mit der gesammelten Aura passiert. Wenn wir bei dem Tabu mal annehmen, dass es ist, keine Gewalt an anderen Menschen zu verüben, könnte sich die Fähigkeit ganz schnell gegen die Bodyguards wenden, denn dann würde Iso beispielsweise hart bestraft werden, sobald er jemanden angreifen würde. Und hier kommt auch wieder das Gemeine an den Nenbisten zum Vorschein, und zwar, dass es relativ schwierig ist, die Fähigkeit seines eigenen Biestes zu durchschauen, weil man ja keine Hinweise drauf hat. Und es ist auch gar nicht nötig eigentlich, weil man ja eh nichts dagegen tun kann und das Biest ja auch nicht kontrollieren kann. Das handelt ja selber aus Eigeninteresse. Aber dennoch ist es für die eigene Planung zumindest hilfreich, seine eigenen Fähigkeiten zu kennen. Wichtiger ist es allerdings, die Fähigkeiten der Bieste der anderen Prinzen zu durchschauen. Camillas Biest ist ein Steuerer mit der klassischen Illumi-Schlagnag-Fähigkeit, also sobald eine gewisse Bedingung erfüllt wurde, kann es das Ziel frei kontrollieren. Und ich muss auch nochmal sagen, wie unglaublich gut die Fähigkeiten zu den Persönlichkeiten einzelner Prinzen passen. Camilla hat in einem früheren Kapitel ja schon mal gesagt, dass es ihr am liebsten wäre, wenn die Menschen einfach das tun würden, was sie sagt, beziehungsweise wenn ihr alle folgen würden. Und sie ist auch sehr naiv und einfach gestrickt, sodass diese relativ typische und im Endeffekt einfache Steuererfähigkeit gut zu ihrem Biest passt. Jetzt bleibt nur noch die Bedingungen abzuwarten, aber das Biest könnte durchaus noch interessant werden, auch wenn Camilla selbst sagt, sie plant gar nicht, es einzusetzen. Aber es könnte ja, wie gesagt, immer noch aus eigenem Willen handeln und irgendwann eine wichtige Person kontrollieren. Und auch Prinz 5 zu Peppers Biest passt gut, weil sie uns ja im ersten Panel bereits als Chemikerin präsentiert wurde. Tja, dennoch muss ich sagen, dass diese Fähigkeit die mit bisher Abstand schwächste ist. Weil es ist eine Partnerveränderungsfähigkeit, sprich, man braucht eine weitere Person für die Fähigkeit. Den Typ kennen wir auch schon von Zubune, die eine weitere Person braucht, um gesteuert zu werden. Er ist eine blöde Restriktion, die die Fähigkeit dafür umso stärker macht. Jedenfalls braucht es einen Forschungskollegen und dann kann das Biest in seinen Körpern Drogen und Chemikalien mit verschiedensten Effekten produzieren. Ja, da die Bedingung nervig ist, gehe ich davon aus, dass das Biest durchaus relativ starke, übermenschliche Dinge erschaffen kann. Liebestränke und so Zeugs zum Beispiel. Und per se ist die Fähigkeit nicht unbedingt schwach, im Kontext dieses Krieges aber schon irgendwie, denn das Biest kann von sich aus einfach nichts machen, im Gegensatz zu all den anderen Biestern, die seit Tag 1 bereits ihren Sieg planen. Ja, zuerst braucht so Pepper einen Nennnutzer und dann müssen sie auch noch die Fähigkeit des Biestes durchschauen. Also ja, diese Fähigkeit könnte erst sehr spät von Nutzen sein. Zu Pepper rechne ich damit jetzt eher schlechtere Chancen aus. Im Gegensatz zu Haltenburg, der hat das mit Abstand stärkste Nennbist, das wir bisher kennen haben. Es ist so stark, dass die abgestellte Wache von Benjamin richtig überwältigt wird von der Kraft und sagt, dass man sofort handeln muss, weil es sonst eine Bedrohung für Benjamin werden könnte. Im Gegensatz zu Haltenburg ist es kein Steuerer, sondern ein Verstärker, was es schon mal per se gefährlicher macht, weil es ja auch ganz normal angreifen kann. Das darf man nie vergessen. Und auch bei allen anderen Nennbistern, wir haben ja von Seaheitnichs Pferd schon einen Angriff gesehen, auch wenn es nur an eine Kakelake ging. Aber ja, wenn jeder mit der Federmarkierung denselben Willen teilt, dann steigt die Aura dieser Personen ins Unermessliche. Die Kraft steigt bis zur absoluten Top-Klasse von allen Nennfähigkeiten. Ich würde die Aura beinahe schon mit der von Meruem vergleichen. Wenn sie ihren Willen vereinen, könnten sie theoretisch einfach zu Benjamin reinmarschieren und ihn umlegen. Da könnte man absolut nichts dagegen machen. Von so starken Auen wurden ja bereits mächtige Nennnutzer wie Nof komplett umgehauen. Sie beten gerade für den 12. Toten Prinz und dieser gemeinsame Wille ruft diese Kraft hervor. Benjamin's Wache ist sich sicher, dass man ihn töten muss, bevor er seine Kraft durchschaut hat. Das Nennbist von Haltenburg hat aber längst durchschaut, dass die Wache ein Nennnutzer ist und beobachtet ihn aggressiv. Da es ein Verstärker ist, könnte es leicht sein, dass er die Wache einfach wegklatschen würde, wenn er einen Angriff starten würde. Dann kommt noch hinzu, dass es, obwohl es ein Verstärker ist, auch eine sehr mächtige Steuererartacke beherrscht, denn die Federn waren immerhin dazu in der Lage, die Erinnerungen von den Wachen auszulöschen. Ja, und deshalb traut sich die Wache nicht anzugreifen, denn das Biest könnte ja auch noch eine Countertypfähigkeit drauf haben, die die Erinnerungen von ihm auch noch manipuliert und ihn im schlimmsten Fall sogar loyal zu Haltenburg macht. Ja, deshalb kommt er zu dem Schluss, dass es zu nachteilig wäre, jetzt anzugreifen und er fordert zwei weitere Personen an, damit diese die Fähigkeiten des Biestes bestätigen können. Das teilt ja Benjamin und Balsamik auch mit und Benjamin ist mittlerweile relativ genervt von der Situation. Ich meine, wir haben den Silent Majority Assassinen im Raum 14, die gigantische Kraft von Haltenburgs Biest und den Trash im Raum 4, womit er seinen Bruder zu erreden nicht meint. Benjamin hat sich die ganze Sache vermutlich leichter vorgestellt, als sie nun ist. Balsamik macht ihm aber klar, dass die Reise gerade erst begonnen hat und vermutlich noch mehr Dinge geschehen werden und in der Tat, wir sind erst bei Tag 2. Ja, Balsamik möchte von Benjamin, dass er nichts überstürzt. Tja, seine Ungeduld ist eins der Dinge, die Benjamin vielleicht einen Kopf kosten könnten. Haltenburgs Biest ist relativ overpowered, aber es hat auch dementsprechende Bedingungen, solange nicht gerade die Situation da ist, dass all seine Leute einen bestimmten Willen teilen, wie bei der Trauerminute, kann sich die Fähigkeit auch nicht aktivieren. Und selbst wenn sie sich aktiviert, hat sie erst dann einen Nutzen, wenn Haltenburgs einen inneren Konflikt beseitigt hat und sich entschließt, die Monarchie durch Kampf zu erreichen. Und das sieht zurzeit gar nicht so aus, denn unter Tränen will er wieder zu seinem Vater gehen, obwohl das unter der Woche nicht erlaubt ist, um ihn zu bitten, den Krieg zu stoppen, auch wenn er dafür ins Gefängnis kommen könnte. Ja, das ist gut, weil jede Szene mit dem König wertvoll ist, um weitere Hinweise darauf zu halten, was denn nun der wirkliche Sinn des Kriegers ist. Andererseits finde ich auch, dass Dogish einen guten Kompromiss damit geschaffen hat, zu welchen Biestern er uns mittels Erklärungen des Erzählers die Fähigkeit erklärt und welche Fähigkeiten wie die vom Drachen oder von den Zwillingsschwestern er uns einfach so zeigt. Es ist eben einfach an der Zeit, die Fähigkeiten aller Biester zu enthüllen und es wäre plottechnisch doof, jetzt allen Prinzen Screendime zu geben, nur um ihr Biest zu enthüllen. Denn vor allem Prinzen wie Camilla kann man ja zurzeit eben nicht viel Screendime geben. Ja, Fugetsu versucht jedenfalls irgendwie diesen Tunnel wieder zu aktivieren, nachdem sie am Morgen zurückgelettert ist in ihr Bett, aber es funktioniert nicht. Es bleibt also noch offen, was die Bedingung für das Erscheinen des Tunnels ist. Bis auf Wobel und Katscho hatten wir jetzt übrigens jedes Nenbiss gesehen. Von den Fähigkeiten wurde bisher einzig zu Benjamin, Zerrit nicht und Wobel noch gar nichts enthüllt und gerade bei Benjamin hatte Dogish ja schon die Möglichkeit gehabt und ganz frech einen Kasten gemacht mit Fähigkeit von Benjamins Biest? Fragezeichen. LOL. Dann bricht er morgen an und Hans so kann endlich zurückkehren in seinen Körper, weil er von Biski angesprochen wird. Ja, Biski war natürlich relativ angepisst, aber Hans hatte die Lage relativ schnell erklärt und auch sie kommt zu einem Schluss, dass es ziemlich sicher das Nenbiss des Jungen ist. Jetzt geht es darum, den guten Werge davon zu überzeugen, aber dieser will nicht mal mehr Berylente zum Training schicken, da es ja nur Hokus-Mokus ist und dabei einer ihrer Leute ermordet wurde, womit er auch die Königin überzeugt, die gerade beim schlafenden Jungen ist. Ja, Funfact, der Junge hat seit seiner Einführung noch nicht ein Wort gesagt. Und prinzipiell hat er damit recht, dass es sich nicht mehr lohnt, denn sie haben ja eh keine privaten Soldaten, sie haben nur mehr Arbeiter. Biski kommt dann auch auf den Kompromiss, dass sie Werge und den Arbeitern Nen einfach hier in diesem Raum leert. Ja, Werge hält dann seine übliche Hokus-Pokus-Rede, aber zack, Biski geht einfach in ihre wahre Form und haut ihn damit komplett um. Ja, und dann passiert etwas Spannendes. Werge verliebt sich direkt in Biskis wahre Form und entpuppt sich als zundere Charakter. Also ein normalerweise typisch weiblicher Charakter, der zickig und streitsüchtig ist, aber unter gewissen Umständen, meist in Anwesenheit einer bestimmten Person, plötzlich zurückhaltend und liebenswert wird. Also normalerweise ein typischer Gag-Charakter und ja, das lockert das Kapitel total auf und ist fast schon untypisch für Hunter x Hunter. Der Moment, als er denkt, wie so etwas Schönes existieren kann, ist wohl seit langem der lustigste Hunter-Moment ever. Und ich musste wirklich lachen, als er dann ihre Muskeln und alles beschreibt. Ja, der Typ hatte jetzt bereits Kultstatus bei Reddit-Memes, aber der Nachteil an so einem Gag-Charakter ist halt auch, dass er den Charakter an sich total zerstört. Sprich, dass man ihn nicht mehr länger ernst nehmen kann. Allerdings könnte das Ganze für Biskis eine spannende Charakterentwicklung werden, da sie ihre Form ja hässlich findet. Wer weiß, was passiert, wenn sie herausfindet, dass es jemanden gibt, für den ihre wahre Form das schönste ist, das er je gesehen hat. Auf jeden Fall erzielt diese Vorstellung im Endeffekt. Sogar Hanso meint, dass das ziemlich unglaublich ist. Wir bekommen eine kleine Erklärung für diese Fähigkeit. Biskis sagt, sie wisse selbst nicht genau, wie die Fähigkeit funktioniert. Sie hat sich diese Fähigkeit über Jahre hinweg gewünschen und Stück für Stück begann sie sich dann zu verändern. Das ist echt interessant. Also genau wie Teleportation wohl die Königsdisziplin von Strahlung ist, ist die Veränderung des eigenen Körpers wohl die Königsdisziplin von Transmutation. Und zwar so krass, dass selbst eine Nennmeisterin wie Biskis noch immer nicht ganz begriffen hat. Werge hat für all das aber eh keine Ohren mehr. Er will, dass Biskis ihm Nennen lehrt und der Rest von ihm ist dann typisches Zunderegelaber. Er wird seinem Prinzipien komplett überbohrt mit fadenscheinigen Ausreden, um Biskis zu gefallen. Und außerdem wird Berylente wieder zum Training geschickt, damit er die Situation checken kann und damit sie die Sache mit dem teleportierten Raum klären können. Biskis sagt, dass es bei solchen Nennräumen meistens drei Möglichkeiten gibt. Nummer eins, Reingehen und Rausgehen ist beides unmöglich. Beispiel dazu wäre Cheetos Fähigkeit. Nummer zwei, Reingehen und Rausgehen ist möglich. Beispiel dazu wäre Novs Fähigkeit. Und Nummer drei, Einbahnstraße. Sprich, man kommt entweder nur raus oder nur rein. Ja, Biskis glaubt an Nummer drei, also dass man, wenn man einmal rausgeht, nicht mehr reinkommt. Und genau so ist es dann auch. Sobald Berylente den Raum verlassen hat, lösten sich die anderen für ihn in Luft auf, während sie ihn weiterhin ganz normal sehen können. Ja, wenn Berylente jetzt aber zurückgeht, sieht es für sie so aus, als ob er sich in Luft auflöst, während es für ihn ganz normal aussieht. Sprich, er ist jetzt in der normalen, richtigen Dimension, wo Hanzos Klon auch war und das nennt ist. Das heißt, dass Kurabika oder andere Leute auch vor die Duya kommen könnten und dann von Bisky und Co. gesehen werden. Umgekehrt geht das aber nicht. Und somit macht er sich auf zum Nenntraining. Ja, eine passive Fähigkeit passt eigentlich relativ gut zu diesem kleinen Jungen, der bisher kein Wort gesagt hat. Und es ist eigentlich eine ziemlich gute Fähigkeit für diesen Krieg. Wenn wir annehmen, dass er den Raum beliebig lange aufrechterhalten kann, können sie den Krieg perfekt aussitzen. Ja, das alles hat Werke aber schlussendlich überzeugt und so beginnen auch sie ihren Nenntraining. Das war's mit diesem Kapitel und tatsächlich auch mit der Storyline von Bisky und Hanzo bis zum aktuellen Kapitel. Ja, die sitzen den Krieg zur Zeit halt wirklich gerade in ihrem teleportierten Raum aus und bisher wurde das noch von niemandem bemerkt. Ja, fast schade, weil Bisky einer der coolsten Charaktere für mich auf dem Schiff ist und ich hoffe, dass sie bald wieder relevant wird und vielleicht sogar in ein paar Kämpfe verwirklicht wird. Okay, tschüss!